Die Bundesregierung schränkt wegen einer neuen Corona-Variante den Flugverkehr mit Südafrika ein. Laut geschäftsführendem Bundesgesundheitsminister Spahn wird das Land in der kommenden Nacht als sogenanntes Virus-Variantengebiet eingestuft. Fluggesellschaften dürfen von dort aus dann nur noch deutsche Staatsangehörige zurück in die Bundesrepublik bringen. Zudem gilt eine 14-tägige Quarantänepflicht, auch für Geimpfte. Die Regierung in Südafrika stuft die neue Corona-Variante als besorgniserregend ein. Vorher hatten schon Israel und Großbritannien angekündigt, den Flugverkehr mit mehreren Ländern im Süden Afrikas auszusetzen. Die Lufthansa teilte mit, sie halte die Flugverbindungen nach Südafrika vorerst aufrecht. Der Koalitionsvertrag der Ampelparteien sieht vor, dass der Kohleausstieg möglichst schon bis 2030 gelingen soll und damit bis zu acht Jahre früher als geplant und vereinbart. Eigentlich hatten sich Bundesländer, Kommunen und Firmen auf 2038 als Ausstiegsjahr eingestellt. Nun soll das Kohleaus als Maßnahme für den Klimaschutz also vorgezogen werden. Aber ist ein Strukturwandel in so kurzer Zeit zu schaffen? In den Kohlerevieren in Brandenburg und Sachsen sind viele verunsichert. Es sind Technikgiganten, die Bagger, mit denen hier im Tagebau Nochten Kohle gefördert wird. Für die Menschen, die direkt am Tagebau leben, gehören sie zum Alltag. Weißwasser in der Oberlausitz, eine Stadt, die seit Jahrzehnten von der Kohle lebt. Doch das Ende der Kohle-Ära ist längst eingeläutet. Seit gestern wissen die Menschen hier, es soll acht Jahre eher Schluss sein, als bisher gedacht. Die Arbeitsplätze, die dadurch verloren gehen, das sind alles Sachen, die nicht berücksichtigt werden. Für die ist es die Schweinerei. Maya Ortmann hat ihr Geld 20 Jahre mit der Kohle verdient. Als Sachbearbeiterin und technische Zeichnerin. Die Lausitz ist ihre Heimat. Der Kohleausstieg verändere sie. Ich beobachte schon eine große Skepsis hier, weil es sind alles Industriearbeitsplätze, die gut bezahlt sind. Und die Leute haben eben Angst, dass die jungen Leute weggehen. Abwanderung kennt man in Weißwasser. 1990 lebten hier rund 40.000 Menschen. Mehr als die Hälfte von ihnen sind bis heute gegangen. Die Lausitz, wie auch die anderen Kohlereviere in Deutschland, steht vor einer riesigen Herausforderung. Sie heißt Strukturwandel, die Zeit nach der Kohle gestalten. Bisher hatte man sich dabei auf eine Zahl verlassen, 2038. Ein Ausstiegsdatum, das sie hart verhandelt hatten. Die Mitglieder der sogenannten Kohlekommission. Nach zehn Verhandlungen ihr Kompromiss. Die betroffenen Regionen bekommen 40 Milliarden Euro und haben bis 2038 Zeit für den Wandel. Die Menschen haben vor allem eine Gewissheit über das, was in den nächsten Jahren passiert. Keine drei Jahre ist das her. Dass nun wieder alles anders werden soll, kommt auch hier im sächsischen Hoyerswerda nicht nur gut an. Ich habe auf Deutsch gesagt gar kein gutes Gefühl, wenn nichts mehr gilt. Wenn gar nichts mehr gilt, was einmal beschlossen ist. Na ja, erstmal brechen wir einen Haufen Arbeitsplätze weg. Aber ich sehe es auch generell als Chance. Auch der Oberbürgermeister hat schon Pläne für den Strukturwandel. Ein Forschungscampus einrichten zum Beispiel. Wenn nun aber 2030 für den Ausstieg gelte, brauche es klare Richtlinien. Wir brauchen eine Sonderwirtschaftszone, in der wir schnellere Planung, aber auch Anreize für Investoren und für unsere heutige Wirtschaft, die jetzt schon da ist, bieten. Die alte Bundesregierung hatte auch versprochen, Behörden in die Kohleregionen zu verlegen. In Weißwasser wurde dieses Versprechen eingelöst. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat jetzt hier einen Sitz. Über 100 Arbeitsplätze sind entstanden. Maja Ortmann hat einen davon, nach 20 Jahren in der Kohle. Man kann auch mit 50 nochmal neu anfangen. Das muss ich nur sagen. Man kann sich umschauen, man findet auch in der Region eventuell was. Ich habe es jedenfalls geschafft. Tausenden steht dieser Neuanfang noch bevor. Viele hier glauben, dass der Strukturwandel bis 2030 kaum zu schaffen ist und die Technikgiganten am Stadtrand bis dahin wirklich stillstehen. Nicht nur mit dem Kohleausstieg will die neue Regierung einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität machen. Ab 2022 sollen die Regionalisierungsmittel im Nahverkehr erhöht werden. Das sind Gelder, die die Länder vom Bund erhalten, um den Nahverkehr in ihrer Region zu finanzieren. Damit soll unter anderem erreicht werden, dass mehr Menschen mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren. So könnten Millionen Tonnen CO2 im Jahr eingespart werden. Berufsverkehr. Immer mehr Autos, meist mit einer Person. Die Pendlerdistanz hat sich verdoppelt in den vergangenen 35 Jahren. So eine Studie der Initiative Agora Verkehrswende. Die Pendler verstopfen Straßen und belasten Mensch, Umwelt und Klima. 2019 standen sie durchschnittlich 46 Stunden im Stau. Verkehrsinfarkt statt Verkehrswende. Das Problem ist, dass die meisten Arbeitswege bereits in der Vorstadt oder im ländlichen Raum beginnen. Und dort hat der Nahverkehr eben noch große Schwächen. Erst wenn das Angebot wirklich von der Haustür bis zur Bürotür gut funktioniert, dann lassen auch die Menschen das eigene Auto stehen. Eines der Ziele der Ampelkoalitionäre im Verkehr soll vieles anders werden. Alternativen wie ein dichter, schneller öffentlicher Nahverkehr und mehr moderne Radinfrastruktur in Großstädten müssen gebaut und finanziert werden. Und wenn schon Auto, dann möglicherweise in der Fahrgemeinschaft zur Arbeit. Die Dienste, die helfen, eine Fahrgemeinschaft zu bilden, sind natürlich eine sinnvolle Angelegenheit. Gerade Arbeitgeber sollten sowas in Zukunft mehr unterstützen. Das Potenzial ist aber begrenzt. Damit alleine lässt sich die Verkehrswende auf dem Weg zur Arbeit noch nicht machen. Die Bereitschaft, mit anderen zur Arbeit zu fahren, ist ohnehin eher klein. Weil ich dann unflexibler bin. Ich glaube, dann würde ich eher aufs Fahrrad umsteigen. Weil das sehr umständlich wäre. Weil das Angebot nicht da ist. Also ich nehme Leute auf Blablakar gerne mit. Für längere Strecken, dann ist die Nachfrage hoch. Aber so Kurzstrecken gibt es momentan kein Angebot. Viel Potenzial sehen Verkehrswissenschaftler auch im Homeoffice. Das ist eine lehrreiche Erfahrung aus der Pandemie, die den Verkehr entzerren und Millionen Tonnen CO2 weniger pro Jahr bedeuten würden. Autohersteller können zurzeit deutlich weniger Neuwagen produzieren und ausliefern. Der Hauptgrund dafür, es gibt nach wie vor Engpässe bei Bauteilen aus China. Insbesondere Chips für die Autoindustrie sind schon seit Monaten Mangelware. Wegen Corona-bedingter Einschränkungen beim Export kommen sie nicht nach Deutschland. Die fehlenden neuen Autos wiederum sorgen dafür, dass viele Autofahrer zurzeit ihren alten Wagen noch behalten oder manche dann doch lieber einen gebrauchten kaufen. Diese hohe Nachfrage sorgt für steigende Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Dieses Auto gab es vor wenigen Monaten noch für 3.000 bis 4.000 Euro. Jetzt kostet es bei Händler Ibrahim Aslantas 30 Prozent mehr. Wie fast alle Gebrauchten hier. Der Grund? Dem gesamten Automarkt fehlen die Autos. Das ist gerade typisch für ältere Gebrauchte mit Gewährleistung, aber auch neuere Fahrzeuge. Die sind knapp aufgrund der Chipkrise, dass eben die Hersteller die neuen nicht verkaufen können und dass dadurch eben Gebrauchte im Markt fehlen. Leasing-Rückläufer, drei, vier, fünf Jahre alte Autos, die fehlen nun im Moment. Das, was da ist, da gehen eben die Preise hoch. Für Händler Aslantas heißt das, Autos zu passablen Preisen einkaufen, schwierig. Mit Gewinn weiterverkaufen, noch viel schwieriger. Denn der Preis drückt inzwischen deutlich auf die Kauflaunen der Kundschaft. Also es ist ein Paradox. Die Preise, die sind zwar hoch, die Nachfrage ist sehr hoch, aber der Absatz tatsächlich geringer. Und so kauft nur, wer wirklich kaufen muss. So, die roten Schilder sind jetzt raufgeprobt. Wenn das alte Auto gerade jetzt kaputt geht, ein ungünstiger Zeitpunkt. Es fängt beim Zuge an, geht übers Benzin, alles steigt. Warum sollen die Autos dann eben hinten dran hängen bleiben? Die haben ja auch ihre Unkosten, alles drum und dran. Der Bestand bei Händler Aslantas hat sich inzwischen reduziert. Er geht auch für die nächsten Monate davon aus, gute Gebrauchtwagen bleiben knapp und die Preise hoch. Heute, am sogenannten Black Friday, beginnt für den Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft. Die Händler locken mit Rabatten und hoffen auf einen guten Umsatz. Wie die Chancen dafür in diesem Jahr stehen, sagt uns Bettina Seidel aus der Frankfurter Börse. Dieser Tag ist zwar erstmal ein PR-Gag, aber inzwischen ein fest etablierter Tag. Ein Tag der Rabattschlacht, inzwischen der wichtigste Tag des Jahres für den Einzelhandel. Da wird der meiste Umsatz gemacht. Es heißt, ab da kommen die Händler, deren Geschäft schon recht mühsam ist, in die Gewinnzone, in die schwarzen Zahlen nämlich. Und es wird kolportiert. Deshalb wurde daraus der Black Friday. Es ist aber auch ein Tag, an dem der Handel seine ganzen Ladenhüter loswird, seine Lager leer bekommt. Jetzt in Corona-Zeiten umso mehr, weil wir so viele Lieferengpässe haben. Und deshalb fehlen dem Handel die richtigen großen Blockbuster-Schnäppchen. Also die neuen und teuren Elektronikartikel, also Spielekonsolen, Fernseher oder Haushaltsgeräte. Wegen der Lieferschwierigkeiten muss man da länger drauf warten. Und der Handel kann sie eben dann nicht anbieten oder verspätet. Deshalb gut möglich, dass der Black Friday dieses Jahr nicht ganz so stark ausfällt. Aber auch wenn den Menschen die Konsumlos gerade vergeht, der Handelsverband Deutschland sieht noch nicht ganz so schwarz. Er rechnet immerhin mit 5 Milliarden Euro Umsatz.